Hallo meine lieben Lego Batman Freunde und willkommen zurück zu Lego Batman 2! Entschuldigen Sie, Sir. Ja, entschuldigen Sie, Sir. Hilf mir. Ja, wir sind zurück in Gossam City. Und suchen jetzt mal den Punkt, wo wir hin müssen. Wir folgen jetzt einfach mal hier dem Weg. Können wir nicht kaputt machen? Ja, sicher. Ja, komm, danke. Wir wollen jetzt schauen, wo in dem letzten Part der böse mechanische... ...Typ abgeblieben ist. Den wir aus der U-Bahn quasi befreit haben. Quasi. Ja, komm, ein bisschen schneller wäre... Auch nicht schlecht. Das Taxi brennt. Okay, das können wir nicht nehmen. Ja, so ein Fahrzeug wäre jetzt vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber gut, dann laufen wir halt ein Stückchen. Ich meine, ähm... Was soll's? So. Eine Million 233 Stats ist ja auch schon eine Hausnummer, muss man ja mal sagen, ne? So, was haben wir denn hier? Können wir hier denn vielleicht mal einsteigen? Das sieht gut aus. Das sieht sogar so gut aus, als dass ich sagen würde, wir können damit fahren. Äh, wohin? Wohin? Rechts. Ja, wo ist er denn, der Bösewicht? Hilft mir! Weiter, weiter, weiter. Und noch weiter. Ja, wo führt uns das nur hin? Ähm. Sehe ich richtig, dass die Spuren hier reinführen? Zum Rathaus. Ja, guck mal, wer da steht. Okay, dann wollen wir hier mal... rein und hallo sagen, hallo. Der will nicht mit uns spielen. Die unbestätigten Berichten zufolge sind heute Abend die städtischen U-Bahn-Linien von Störungen betroffen. Das Büro des Bürgermeisters berief sich in einer kurzen Mitteilung auf technische Schwierigkeiten, darunter solche im Zusammenhang mit dem Amoklauf eines riesigen Roboters. Schockierte Pendler haben Batman und Superman gesichtet und alle U-Bahn-Linien sind derzeit unterbrochen. Inzwischen versammeln sich Bürger zur Kundgebung von Lex Luthor im Rathaus mit sicher vielen Fragen an den Präsidentschaftskandidaten. Aber wird er Antworten haben? Mitbürger, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Wählen ist eine ernste Sache. Also bevor ihr euren Präsidenten wählt, möchte ich, dass ihr alle ganz tief Luft holt. Wirklich tief Luft. Stellt sicher, dass alle genug abgekriegt haben, dann auf zur nächsten Station. Ja, oh yeah. Äh, ein Glas-Spiel? Hallo? Oh, okay, jetzt geht's los. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal schauen, äh, dass wir hier irgendwie vorankommen. Das Ding hier zum Beispiel... Ah, das... Das war doch schon wieder sehr auffällig, dieses Ding. Genau wie das da. Immer wenn mehrere so Dinger da sind, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es dafür irgendwas, äh, gibt. Da kann man eigentlich immer schon von ausgehen. So, wollen wir noch so ein Teil? Da oben ist noch eins, das sehe ich. Na, komm. Läuft. Sehr schön. Hier ist noch ein blauer. Tieren sind es auch noch welche runtergeplumpselt. Die sammeln wir auch noch mit einem. Sehr schön. Das ist auch noch ein blauer. Blauer, 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 blauer. So. Hier können wir ein bisschen schön... ...äh, was aufmachen. Auf, brennen. Laserblick ist sehr schön. Und dahinter befindet sich... ...etwas Silbernes. Okay, das ist auch was Silbernes. Das ist die Frage, wo bekommen wir das her. Das hier können wir nicht so kaputt machen. Ah, da ist Batman, okay. Können wir hier mal vorhauen? Nee. Können wir die Kameras kaputt hauen? Ja, können wir. Oh, guck mal. Hier gibt es Stats ohne Ende. Na, weg da! Für die Mission... ...tut man doch alles. Ja, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ist die Frage, ne? Hier hinten ist Glas. Was? Das kriegen wir aber nicht kaputt. Nee, das kriegen wir nicht kaputt. Hier kriegen wir auch nichts kaputt. Ah! Ich sehe was. Guck mal, da oben ist doch was... ...rötes. Äh, was goldenes. So. Gehst du kaputt? Gehst du kaputt? Dankeschön. Ah, guck mal da. Jetzt klappt es ja noch. Äh, mit zusammenbauen. Warum möchtest du jetzt nicht zusammenbauen? Ah, jetzt möchte er. Jetzt möchte er plötzlich was zusammenbauen. Sehr schön. Batman! mit dem Elektroanzug. Mit dem Elektroanzug. Was bringt uns denn jetzt der Elektroanzug? Ach, guck mal. Hier oben kann man auf... Hier dürfte ja dann der, ähm... ...Aanzug mit den Kanonendingern sein. Fragt mich nicht, wie er heißt. Es ist der Poweranzug. Es ist der Poweranzug. Sehr schön. Oh, was er kaputt gemacht. Das ist aber nicht schön. So. Superman! Superman, machst du mal Eis? Jetzt habe ich mich ja selbst kaputt geeist. Da hinten habe ich doch gerade noch was gesehen. Oh! Das war gar nicht mal so wenig. Das ist sehr schön. Ähm... Batman? Nee, nicht im Bettanzug. Wo ist das denn? Ein Elektroanzug wieder. Batman-Elektroanzug. Und jetzt springen wir hier mal hoch. Da hinten sind auch noch Stuts drin. Möchte ich auch noch haben. Nur für die Quote. Ach, da war Minikit hinter Versteckter. Sehr schön. Dahinter wollte ich... Ich wollte hier vorne hergehen. Das hast du toll gemacht. Superman. Äh, Batman. Das hast du toll gemacht, Batman. So. Och, ey. Es ist doch... Es ist doch... Es ist zum Mäuse melken. Boom. Äh... Gut, da hätte ich gerne einmal dich. Die sind zu dumm zum Scheißen. Wisst ihr das? Zu dumm zum Scheißen. Na ja, gut. Man könnte ihnen jetzt zugute halten, dass sie nur Plastik im Kopf haben. Aber das wäre auch einfach nur eine sehr billige Ausrede. Zack, 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 zack. Und Pattenswashing. Und ja, weiße auf. Wunderbärchen, Wunderbärchen. So, einmal drauf spaziert. Och, nicht dahinter springen. Ich weiß nicht, was die haben. Kann man die hier eigentlich irgendwie retten? So, das, äh... Schild hier irgendwie kaputt machen? Nee, kann man nicht. Ich dachte, so hätte man eine Bürgerin in Not retten können. Jemand, der für Lex Lusa stimmt, muss ja eine Bürgerin in Not sein. Laut meiner Definition. So, komme ich hier auch hoch. Superheld! Oh, jetzt bin ich hier fast runtergesprungen. Das wollte ich nicht. So, dann holen wir mal die Kletter... Kletter... Kletterstange, wollte ich gerade sagen. So, ich hoffe, Batman kommt von alleine hoch. Ja, bis der da ist, dauert. Deswegen machen wir jetzt mal per Hand nochmal. Was ist das denn, bitteschön? Das ist nicht deren Ernst, oder? Das ist eine sehr, sehr coole KI, muss man sagen. Gehen wir mal weg da. Jetzt probieren wir es nochmal. Superman steht da rum und macht nichts. So, und jetzt kann Superman hochkommen. Schalte eins. Da kommt das Joker-Blümchen. Nicht... Och, Mensch, das ist... Ich weiß langsam auch nicht mehr... Ach, Mensch. Schön, wie der da hinterm Eis steht auch, der Typ. Warum ist das so? Und ein Klauenchen. Aber jetzt ist langsam unglaubwürdig. So. Weg mit dir. Dann bleibt halt da. Mir ist doch egal. Nein! Ihr glaubt gar nicht, wie wenig Lust ich gerade habe, das weiterzuspielen. So, jetzt aber hier hoch. Ich bin schon mal oben. So, du auch weg. Jetzt hier hoch. Ja, da steht der auch noch drauf. Jetzt werde ich direkt von hier... ...die Blumen hier oben abballern. ... Ja, wie es im nächsten Part weitergeht, seht ihr dann. Danke fürs Zuschauen und tschüss.